Untertitelung. BR 2018 Hm? Hört ihr das? Was? Dieses Geräusch. Ihr müsst es doch auch hören. Dieses Klopfen. Zara, hört mal wieder hier klopfen. Es klopft nicht. Ich höre nichts. Es klopft nicht so viel. Aber es klopft. Aber es klopft nicht. Ich höre nichts. Es klopft nicht so viel. Wenn es doch klopft. Doch, es klopft nicht. Also ich höre nichts. Es klopft nicht so viel. Wenn ich es aber höre. Na und, wenn es in deinem Kopf klopft, dann behalte es doch gefälligst für dich. Oder unterdrücke es. Ich habe das ständig getan. Schließlich hat die letzten Jahre auf Erden immer irgendjemand an meine Türen geklopft. Wenn ich da jedes Mal geöffnet hätte, eine Horde Fans hätte mich weggefiegt. Dass ich ständig dieses Klopfen höre, das muss etwas zu bedeuten haben. Ja, anfangs habe ich es auch noch wahrgenommen. Aber an einem bestimmten Zeitpunkt hört man es nicht mehr, das Klopfen. Es ist schon so lange her, dass ich ein Klopfgeräusch vernommen habe. Eine Ewigkeit. Ach du lieber Gott, wie lange sind wir schon hier? Gott, das ist es. Er will mir etwas sagen. Sauf nicht so viel, will er zu sagen. Aber natürlich, Gott gibt mir ein Zeichen. Du hast doch gesagt, früher hat ständig immer irgendwer an unsere Türen geklopft. Wir waren berühmt, beliebt, begegnet. Gefragte Stars, das waren wir. So lange habe ich über dieses Klopfen nachgedacht. Und jetzt auf einmal so klar vor Augen. Gott will, dass wir bereit sind für den Tag, wenn eine Schar von Engeln an unsere Türen klopft, weist wir auf Warten, uns endlich wieder singen zu hören. Na, nicht mit mir. Ich will mit anderen Engeln nichts mehr zu tun haben. Also nur, als bei dir klopft. Entschuldige, niemand hört ein Klopfen außer dir, Sarah. Bitte belästige uns doch nicht damit. Aber versteht doch, wenn die Stunde kommt, und sie wird kommen, wir sind Legenden. Dann müssen wir bereit sein. Die Himmelswelt, sie wartet auf unsere Stimmen. Die Engel, sie werden bald nach uns rufen. Und alles wird wieder so sein wie früher. Wie früher? Ich werde auf der Bühne. Wir könnten unsere Wolke verlassen. Ich verlasse meine Wolke nicht. Und ich beantworte keine Fragen. Bei Zusammenkünften der unterschiedlichsten Art werden immer Fragen gestellt und es wird immer politisiert. Ich bin politisch vollkommen unberührt. Politik hat mich nie interessiert und Politik wird mich nie interessieren. Ich verlasse meine Wolke nicht. Komme, was wolle, ich bleibe. Ich ebenfalls. Jubel ohne Ende, tosender Applaus, die Menschen lieben mich wohl sehr. Sie lieben uns, sie brauchen mich und in den schweren Zeiten brauchen sie mich noch viel mehr. Weil ich ihnen wieder von der Hoffnung sing und Farbentraft in ihrem trauen Alltag bring.